Hier wird er abgeführt, der mutmaßliche Pentagon-Maulwurf. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung brisanter US-Geheimdienstinformationen im Internet hat die Bundespolizei FBI im Bundesstaat Massachusetts einen Verdichtigen festgenommen. Es handelt sich um einen auf einem US-Militärstützpunkt der Massachusetts Air National Guard stationierten Airman. Sein Name? Jack Teixeira. Donnerstag Nachmittag wurde das Haus seiner Familie von FBI-Agenten umstellt. Es kamen sogar gepanzerte Wagen zum Einsatz. Teixeira war der Anführer einer kleinen Chatgruppe von Gamern auf der Plattform Discord. In dieser Diskussionsrunde waren vor Monaten die ersten Top-Secret-Akten aufgetaucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017